Der Final-Part kommt sofort in Pokémon. Schniff, danke, dass du mich beachtest. Ich weiß gar nicht, warum alle an mir vorbeigehen. Hm, dumme Frage. Guck mal, welche Level. Wow. Gerade noch... Wow, okay, das ist scheiße. Ich sehe es, komm, wie ich... Wie ich die ganze Zeit zur Rennung brennen muss. Ui. Na gut, macht diesen Jahre auch nicht besser. What? Lena ist ein Wohling... Oh mein Gott. Ist sowas nützlich? Oh mein Gott, ich will nicht, dass was jetzt kommt. Ich muss jetzt schon da... Okay. Hey, das ist ein Argument, oder Gullimon. Gott, was will you? Ich will das mal zu, Karada. Ehrlich, wirklich. Ich will es mich verarschen, TK. Okay. Dieses Pokémon sieht, äh, kloppt auf. Das müssen sie echt sind. Ein neues Pokémon anbringen. Diese Pokémon von TK. Die sind zum Wettelgen gut. Ja. die Karte durchforschen ich mich jetzt echt in Mario Kart zu tüttel 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 noch Beweise dass du es würdig bis gegen TK antreten zu dürfen ja genau boah ich finde ich echt echt zu Mittelfahr und so ein Punkt ist nicht mehr als Mainz und es hat schon die die sind diese Punkt erinnert mich hier an der ich da in die Karte ich meine ja natürlich entwickelt Haller 6 komm, lerne ne geile Teilneintacke, das wär's äh, nicht so besonders angreifen aber doch auch's nicht du da seid da, Michael, äh, äh, okay das heißt, dass wir dann noch so, na, zwei Pokésepte zu rein boah, ich will speichern lieber bei TK he, 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 das wird mal zugegeben ich sehe es, komm seine Pokémon sind da, sind schon so ledig 19 oder 15 und hab alle 6 Pokémon, das wär's dann wär's aber unfair weil dann müsste mein Pokémon Level 30 sein und ich will auch nicht mein Pokémon das zu Level 30 Level das hier ist auch sieh deswegen werde ich mir da eine Pokémon fangen Level 15 bringen und so oh ich ich meine mein Sohn wurde von diesem Trian von TK vom Platz des Arena-Leisters gestoßen sieh nur an was er aus dieser Arena gemacht hat sieht doch geil aus Oh, hallo mich, endlich bist du da interessierst interessiert mich ja brennend wie du kämpfen wirst warum hat es mir so klar, dass er warum das mir so klar und warum, dass mir klar, dass wir 16 sind warum war das mir so klar warum 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 war das mir so klar aber erstmal ein Level ab Ja, dieses Pokémon kann ich jetzt nicht zuordnen. Zuordnern. Aber wie es aussieht, ist es ein Donner-Pokémon. Oder, ach. Der wird so... Okay. Da waren, glaube ich, 8 Tränke, sind, glaube ich, hier etwas zu wenig. Okay. 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 Kornländer 18 aber ich bin sie die doch noch ach komm gibt mir neue geile Attacke Kopfnuss ich tu gerne guten Schlag vernichten ich ich ihr ach ich L Prozent Kälte ein Schiege das war mir klar dass er mit Schildern kommt Schiege ist ein Lieblings-Pokémon ja wo ich bin ich habe mich gerade echt der Schritt dass er mich besiegen wird mein Pokemon ist ja ein Feier-Pokémon wenn er jetzt zu gewusst ich hab gerade nicht am Wohl Arena letter TK TK oh Superkampf mich er war hier wie die ersten an den abhanden die Wichtigkeit diese jetzt ist es vorbei, finito ich zu schnell noch heim, das ist so äppelstand aussieht, dass ich gewonnen habe und so weiter dann mehr nicht ich habe nur neun Minuten Baut ich habe nur neun Minuten Baut aber trotzdem werde ich jetzt abspeichern musste vielleicht viele Opfer dann aber alles mit bevor ich aber hier soll noch um Raum arbeiten äh wer kommt auf die Idee einen Baum einzusperren wollen die dass das 0 2 nicht entkommt braucht es schon genau ich bin weiter wenig viel hindurch gehen aber nein lasst es nicht zu so hier sei ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wieder neue Überraschungen bringen tschüss 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 tschüss